Meine lieben Freunde, erinnert ihr euch, ich hatte ausführlich ab dem 16. Januar 2019 das Baumhoroskop vorgestellt. Heute möchte ich auf die Eigenschaften eures Seelenbaumes eingehen. Alle einzelnen Bäume hatte ich horoskopisch euren zugeordneten Baum vorgestellt. So und heute möchte ich nun diese Eigenschaften eures Seelenbaumes auf diesen Seelenbaum eingehen. Kurz und stichhaltig ist die Erklärung, sodass ihr einen kleinen Leitfaden habt mit eurer Frage, welche Eigenschaften habe ich durch meinen Seelenbaum? Schlummert in mir der große Mut, Fröhlichkeit oder etwa die Fähigkeit, eine wunderbare Verbundenheit mit der Natur zu spüren? Du kannst im Baumhoroskop herausfinden, welche Eigenschaft dein Seelenleben mit deinem Seelenbaum hat und wie du mit ihm verbunden bist und wie du diese Kraft nutzen kannst. Also, welche Eigenschaften hat dein Seelenbaum? Wir beginnen mit der Birke. Die Birke, der Baum der Jugend. Das Geburtsdatum ist der 24. Juni. Die Birke hat nur dieses eine Datum. Auch die Buche gehört nämlich zu den vier besonderen Bäumen und das Baumhoroskop besagt. Wer im Zeichen der Birke geboren ist, dem wird es niemals schwerfallen, tief in seinem Herzen stets jung zu bleiben. Heiter und unbeschwert fühlen sie sich ihrer immer bleibenden Jugend und man wird magisch von dieser Aura angezogen. Da sie sehr gesellig sind, sind sie auf Festlichkeiten ein gern gesehener Gast. Hinzu kommt auch das Schöpferische, was als Gabe in ihr steckt. Der Maibaum ist ein Inbegriff der jugendlichen Freude und besteht meistens aus Birkenstämmen, der geschmückt ist und um den die Menschen ausgelassen tanzen. Der Apfelbaum, der Baum der Ausgeglichenheit und Schönheit der Liebe. Die Geburtsdaten sind der 14. bis 20. Juni und der 12. bis 21. Dezember. Hübsche, farbenfrohe Blüten, aus denen leckere Früchte reifen. Der Apfelbaum ist wahrlich eine Pracht. Und das besagt auch das Baumhoroskop, dass es auch die in diesem Zeichen zugeordneten Menschen betrifft und sich nicht nur auf ihr Äußeres bezieht. Sie wollen den Menschen Freude bereiten und sie glücklich machen. Packen sie erst einmal ihren Charme aus, kann man ihnen kaum widerstehen. Nun die Tanne. Das Geburtsdatum ist der 2. bis 11. Januar und 5. bis 14. Juli. Der wertvolle Baum des Lebens. Das Baumhoroskop besagt, dass man bei Tannegeborenen stets weiß, woran man ist. Unüberlegte Meinungs- und Stimmungswechsel sind absolut nicht ihr Ding. Und sie akzeptieren ihr Leben so, wie es gerade ist. Als die Geheimnisvolle und dies Geheimnisvolle ist einfach das gilt darin, wo sie sich an Weihnachten festlich schmückt. Denn es ist der Tag, an dem der Heiland geboren ist. Das waren die ersten drei Bäume, die ich euch vorgestellt habe, eure Seelenbäume. Und die nächsten Bäume sind Ulme, Zypresse und die Pappel. Bis dahin herzlichst, eure Deria. Bis dahin. Vielen Dank.